herz willkommen zu einem neuen video heute habe ich für euch von agento die gold marie wir haben hier 20 mm kaliber 25 schuss 210,5 gramm nem 24 sekunden brenndauer und eine effekthöhe von 25 metern beschrieben ist ein blauer leuchtspur aufstieg zu pokart kronen nacheinander kombiniert mit blutroten sternen weißen blinksternen blauen sternen roten sternen und silbercrackern das design sieht sehr sehr gut aus ich bin sehr gespannt wie die batterie ist und dann würde ich sagen gucken wir uns die mahn als nächstes haben wir hier von agento die gold marie ist das glaube ich die gold marie tschüss poison kommen sie her so einmal lundi freie machi trolli trolli so jetzt kommt die schuss auf hier let's go Das ist ein Schönekeig. Das ist ein Schönekeig.